Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Will ich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt es mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, sein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat. Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja. Aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauch dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa. Finde den Safe. Den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater. Das Haus ist also leer. Bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss. Und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das, Boss? Das ist unser Mann. Salvatore. Tutto bene. Si. Grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Si. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt noch mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona Fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Natürlich geht es weiter mit Mafia 1 Remake, die Definitive Edition. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ja, Leute. Abonniert, aktiviert die Glocke. Lasst eine Bewertung da. Schaut unten, wenn du schon da ist alles verlinkt. Ja, ich bin eingeweiht. Okay. Per favore capisce. Rasemem tu chardino inturciuniatos en salvadici sintirinem viviri. Hier den lieben. Okay. Alles klar, so machen wir es. Ja, das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Menge. Menge. Leute, ich kann kein Italienisch. Gut. Jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Fort. Sei. Faccio. Hier. Reapriere gassaforte. Abriere gassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Perfetto. Was war das gerade, ey? Diese Italienische da. Krass. Ich habe echt nichts verstanden. Tolle Aussicht hier oben. Wolltest du bei dir sehen. Miramigioso. Ja, es hat schöne Seiten, aber... Wir sind halt anders. Ich muss... Ah, okay. Ich muss... Eikko. Ich lasse im Joko. Eee... Passatu... Umuru... Ujardino. Hast du... Oh, ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Ich glaube, das waren alle. Salvatore, wo bist du? Alles sauber. Domi, hier, hier. Keine Ahnung, wo deine Stimme gerade kommt, aber egal. Was am Teufel ist der hin? Gass, oh no, Domi. Der Typ nervt. Was macht der? Okay, ja, komm. Nervenkitzel. Man darf nichts schießen, nichts machen. Ja, wie kommen wir da rein? Was bist du denn für ein Einbrecher? Wonach? Da nirgends. Oh, wir müssen runter. Oh, wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Oh, hier kann man nicht runter. Da, schau' hier. Hier ist nur Wand dahinter. Was haben wir hier? Hier ist nix. Gucken wir hier. Das ist es. Ja, warte kurz. Zeitung, 1. Juli 1933. In Empire, wer er ermordet. Wieder nichts. Hä? Okay, wenn's hier auch nicht ist. Dann gehen wir hoch. Eigentlich soll es ja unten sein, so viele, die am Anfang geredet haben, aber. Hier ist kein Gemälde. Gemälde. Was ist das? Aha. Aha. Schuza. Dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pssst. Ba schiitza, ba schiitza. Schuza, ba schiitza, ba schiitza, ba schiitza. Schuza. Sie sind bestimmt oben. Der Safe ist in seinem Büro. Knallt ihn ab, bevor er mich erschießt. Ich gebe schon tot. Schuza. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich schuze, ja. Boah, das war wieder knap, ey. Salvatore, bleib zurück. Ich kümmere mich um Sie. Glaubst du, ich werde... Berichte von Schüssen. Rufe alle Streifenwagen. Bitte um Antworten. Nein, 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 nein. Salvatore muss kommen. Los, Salvatore, los, 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 los. Oh, shit, die Kops sind da. Ja, ey. Salvatore, ja, Mann. Ja, ja, alles gut. Wir haben Zeit, ey. Ich bin gleich tot. Alter, dieser Salvatore, ey. Der kopf mich so an, ey. So, ich muss unbedingt sterben, damit wir irgendwie hier weiterkommen, ey. Die Kops sind auch schon dort. Allemann, Suche ist beendet. Grazie, Oginioruzzo. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? A casa. Gut, wo ist das? Äh, Sesta e... Emapul. Okay, dann mal los. Tommy, dagli a dir una cosa. O nostro prossimo travaglio, ci penso io a Casciaforti, ho capiste? Capi picca un cimurian da Giavilla. E ci colpi solo tu. E para l'antichia di siciliano. Per rispetto alla nostra dire. E come parlare uomegano? Usaggio? Ma minchia! Te la vi a dir. Un l'affare mai più, eh? Mai più. Okay, okay. Schon gut. Tommy ist überfordert. Okay, wir sind da, ey. Endlich. Boah, diese Fahrt schon wieder, ey. Mit diesen Waren auch noch. Boah. Boah, natt. Nacht. Endlich weg von Salvatore, ey. Gutes Geschäft. 1931. Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß, ein paar der Flaschen habe ich schon zehn Jahre. Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch, aufladen. Schön euch zu sehen. Was? Gibt es Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gelotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt? Ja, und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Na ja, ein Typ ist komplett dicht. Jammer hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich hab ihn rausgebracht. Und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Städte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei. Aus Kentucky. Schwarzbrenner? Äh, äh, äh. Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm sein Fusel hier exklusiv abnimmt. Mit Morello. Und du glaubst, er will sich rechnen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung. Aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir setzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du, Tom? Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden. Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Besorgen sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich passe auf ihn auf, Boss. Ohne Fortuna, Jungs. Wir treffen Sam und Little Bill in der Stadt. Aber Leute, das war's mit der Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und ihr seht ja schon in der Abspann. Die Playlist ist auch mit drin. Und die letzte Folge von Mafia 1 Remake. Könnt ihr direkt vorbeischauen. Hade. Also, ihr seht ja schon seitlam Abonniert.